Hi Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von BastiTalk. Neue Folge, neue Woche, neue Montag, neue Themen, neues Jahrzehnt, neues Jahr. Es ist der erste Montag in diesem Jahr. 2020 ist der erste Montag in diesem Jahrzehnt namens 20er Jahre. Und es ist der erste Montag in dieser Woche. Und auch der einzige. Genau, neuer Montag. Ich sitze hier heute ein bisschen, also ich sitze normal, die Kamera sitzt woanders. Mir ist nämlich aufgefallen, dass diese Perspektive irgendwie tausendmal schöner ist, als wenn ihr die ganze Zeit meinen Schreibtisch seht. Jetzt seht ihr halt da hinten so ein bisschen meine Couch und das Chaos. Aber grundsätzlich, ich finde das irgendwie ein bisschen angenehmer, so hier zu sitzen. Also so mit der Kamera. Ich weiß nicht, gefällt euch das? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, es ist unglaublich. Es ist ein neues Jahr. Es ist ein neues Jahr, unglaublich. Es ist der erste Montag in diesem Jahr. Und ich habe noch frei, weil in Bayern ist Feiertag. Weil Heilige Drei Könige, Sechster, Erster und so. Für mich ist der Sechste Erste mittlerweile ein anderer Feiertag. Nämlich habe ich vor fucking sieben Jahren diesen YouTube-Kanal gegründet, gestartet. Nein, gegründet nicht. Das war schon an Weihnachten. Aber gestartet und, ähm, wie nennt man es? Das erste Video hochgeladen. Vor sieben Jahren. Am 6.1.2013. Der kleine Basti, unglaublich süß damals, hat seinen YouTube-Kanal vor sieben Jahren gestartet. Es ist, ähm... Ich komme nicht drauf klar. Dazu kommt heute noch ein Video. Wir reagieren wieder auf alte Videos. Kommt heute Abend irgendwann. Relativ spät Abend, weil ich es noch schneiden muss. Ich habe es gerade aufgenommen. Ähm, aber ja. So viel dazu. Es ist, äh... Es ist krass. Es sind... Ich meine, es sind sieben Jahre. Wie gesagt, ich sage es sehr oft. Aber ich kann einfach... Meine ganze Jugend kann ich auf YouTube dokumentiert sehen. Ich kann meine Entwicklung äußerlich als auch, sagen wir mal, stimmen und mentalmäßig kann ich auf YouTube sehr gut nachvollziehen. Und das ist gruselig als auch absolut spannend. Und, ähm... Ja, ich finde es, ich finde es lustig. Ich finde es tatsächlich sehr amüsant auf eine gewisse Art und Weise. Und es freut mich immer sehr, wenn ich ein weiteres Jahr abhaken kann. Ja. Es sind schon sieben Jahre. Es ist, äh, ganz schön krass. Ich, äh... Ja. Es sind sieben Jahre. Hey. Krass. Krasser Shit. Krasser, krasser Shit. Kann man ein bisschen feiern. Kann man ein bisschen Kuchen essen. Kann man ein bisschen... Whatever you wanna do. Reden wir kurz über Videos letzte Woche. Es gab letzte Woche so viele Videos, wie in den letzten fünf Monaten insgesamt gefühlt nicht. Also, es gab einmal meinen 2019-Jahres-Rückblick. Ähm, ich muss ein Video hier rausmachen, das da gar nicht reingehört. Warte, das Interview gehört da nicht rein. Es gab meinen 2019-Jahres-Rückblick. Es war am 01.01. Ähm, das erste Video um 2020 gab es. Dann gab es Goodbye Childhood. Was waren eigentlich die 2010er Jahre? Der Jahrzehnt-Recap. Kam auch sehr gut bei euch an. Habt mich sehr gefreut. Ja, tolles Video. Dies, das. Und dann gab es noch 2020. Was erwartet euch 2020? Natürlich die Basti-Talk-Folge von letzter Woche. Letzter Montag des Jahres. Ähm, es gab also drei Videos letzte Woche. Das ist unglaublich viel, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Videos diese Woche kommen. Basti-Talk auf jeden Fall. Jetzt hier gerade. Dann erwartet euch eben noch das Reaction-Video. Ansonsten. I don't know. Ich habe nichts geplant. Ich habe nichts aufgenommen. Mal schauen, wohin mich der Wind trägt. Ich habe am Morgen wieder Schule. Es ist super spannend. Wir freuen uns alle sehr. Ähm, aber jetzt beginnt der Stress, sagen wir es so. Weil, also meine erste Klausurenphase vom ersten Halbjahr ist vorbei. Das ist sehr schön. Ähm, aber ich schreibe jetzt noch ein paar Sachen. Ein paar kleinere Sachen. Äh, hier Kurzarbeit, da Kurzarbeit. Wunderschön. We love it. Ähm, dann habe ich ein paar Wochen nichts. Zumindest aktuell. Äh, und dann ist Klausurenphase Nummer zwei. Und dann geht Klausurenphase zwei direkt in Abitur über. Und dann ist schon irgendwie Juni. Auf einmal. Ähm, wir freuen uns sehr drauf. Es wird spaßig. Ja. Nein. Für mich beginnt ab jetzt der Stress. Ich habe kein Problem damit, dass ich wieder in die Schule muss. Ich habe einfach ein Problem, dass ich wieder lernen muss. Weil es nervt mich. Ich meine, ich kann mich gerne da in die Schule setzen und langweil mich halt sechs Stunden. Aber ich habe keinen Bock zu lernen. Ähm. Dementsprechend mal schauen. Lül. Äh, ja. Ist leider so. Alle anderen, die jetzt auch wieder in die Schule müssen. Oder wieder arbeiten müssen, weil ihre Ferien oder Urlaub oder sonst sowas vorbei ist. Mein Beileid. Wir leiden alle zusammen. Es ist unglaublich. Äh, ja. Leider. Leider, leider. So sieht es aus. Ich habe tatsächlich keine großartigen Themen diese Woche, muss ich sagen. Ähm. Bis auf das, ich kann über Knives Out reden. Ich habe mir Knives Out gestern im Kino angeschaut. Unglaublich toller Film. Schaut ihn euch an. Es ist ein genialer Film. Es ist toll. Es ist, ähm. So ein gutes Murder Mystery. So gut verstrickt. Aber es ergibt alles so Sinn. Und ins kleinste Detail ist dieser Film durchgeplant. Und ins kleinste Detail ist dieser Film einfach... Also es ist... Der Film hat keine Fehler. Der Film hat keine Lücken. Der Film hat ein... Er ist... Ich... Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an. Versucht mitzuraten. Versucht alles genau zu analysieren. Und versucht den Täter selbst herauszufinden. Es ist ein toller Film. Es ist unglaublich. Es war unglaublich spaßig, diesen Film anzuschauen. Hat mir ja... Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein toller Start ins Kinojahr 2020. Sagen wir es so. Äh. Es kommen dieses Jahr so viele Filme raus. Es ist unglaublich. Ich werde überfordert sein mit allem, was ich tue. Ähm. Ich freue mich trotzdem sehr. Ich freue mich sehr auf dieses Kinojahr. Nur auf das Kinojahr. Auf den Rest vielleicht eher weniger. Auf das Schuljahr 2020 freue ich mich weniger. Sagen wir es so. Sagen wir es so. Unglaublich toll. Naja. So viel dazu. Ich habe nicht mehr zu sagen. Wie gesagt. Es war heute sehr frühlingswettermäßig. Also irgendwie der Winter war nie da. Und jetzt kommt gefühlt schon der Frühling. Also es war heute relativ warm. Und die Sonne hat so krass geschienen. Und alles auf einmal. Ähm. Ich habe nichts dagegen. Ich freue mich auf Frühling. Ich freue mich. Das ist dann wieder... Kann man endlich vielleicht wieder ein bisschen... Bisschen... Kältere Klamotten. Äh. Also kältere Klamotten im Sinne von nicht so dicke Sachen. Gibt das Sinn? Ne. Aber ich habe mich ähnlich krass winterlich angezogen immer. Ich bin eigentlich immer nur mit meiner Bomberjacke rumgelaufen. Ähm. Ab und zu vielleicht Handschuhe. Äh. Kommt drauf an. Welche Uhrzeit es halt immer war. Aber es war gar nicht... Es war nicht... Also es war schon kalt. Aber irgendwie der richtige Winter. Ich meine es gab keinen Schnee bei uns. Angeblich sollte es die ganze Zeit schneien. Didn't happen. Ich hoffe es passiert nicht mehr. Jetzt brauche ich auch keinen Schnee mehr. Das habe ich letztes Jahr. Und vorletztes Jahr. Und vorvorletztes Jahr. Ich sage es immer. So nach... Nach irgendwie den Weihnachtsferien. Brauche ich keinen Schnee mehr in meinem Leben. Sorry. Du bist davor. Sehr willkommen. Ab November bist du willkommen. Herr Schnee. Danach. Fuck off. Verpiss dich. Ich will dich nicht in meinem Leben. Ähm. Also. Alles so ab Anfang Januar. Brauche ich nicht. Sorry. Nein. Nein. Schlimm. 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 Ansonsten wünsche ich euch nochmal Happy New Year an der Stelle. Eine Woche danach. Eine Woche danach. Aber egal. Ähm. Ich hoffe ihr habt schön gefeiert. Alles dies das. Ich freue mich sehr auf 2020 mit euch. Es wird bestimmt ein cooles Jahr. Ähm. Ich mache jetzt noch irgendwas. Ich schaue mir bestimmt noch irgendwas auf Netflix an. Bevor ich morgen wieder in die Schule muss. Ich lege mich jetzt noch hin. Gemütlich in meinem Bett. Alles ganz. Ich klinge diesen. Ich lasse diesen letzten Ferientag schön ausklingen. Ähm. Und. Nein. Ich schneide jetzt erstmal noch das Video. Das fällt mir gerade auf. Das erwartet euch hoffentlich heute Abend noch irgendwann. Seid gespannt. Freut euch auf das Video. Es wird wieder lustig. Wird aber auch ein bisschen emotional heute mal. Basti wird erwachsen. Franker Shit. Gut. Wir sehen uns nächstes. Nächstes Jahr wieder. Nächste Woche wieder. Bei einer neuen Folge von Basti Talk. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm. Abonnieren. Teilen. Liken. Kommentare schreiben. Was. Was. Wie. Wie war eure erste Woche? Freut ihr euch? Auf das Schuljahr 2020? Wisst ihr? Mir fällt gerade auf. Sobald ich keine Schule mehr habe. Sobald ich mein Abi fertig habe. Worüber rede ich in Basti Talk eigentlich? Was werde ich dann erzählen? Ähm. Diese Woche habe ich gegessen. Ende. Beides. Also. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.